5 Natürliche Heilmittel gegen allergischen Schnupfen Diese natürlichen Heilmittel sind sehr wirksam. Überzeuge dich selbst davon. Diese entzündliche Erkrankung der Nase wird auch allergische Rhynitis genannt. Ursachen dafür können äußere Faktoren wie Staub, Pollen oder auch Temperaturschwankungen sein. Wir stellen dir heute effektive Heilmittel gegen allergischen Schnupfen vor. Zusätzlich zu einer rennenden Nase treten meist Verstopfungen der Atemwege, Niesen oder auch gereizte Augen- und Kopfschmerzen auf. Diese Symptome können sich gelegentlich bemerkbar machen, aber auch chronisch werden. In unserem heutigen Artikel findest du alternative Naturmittel gegen allergischen Schnupfen. Wenn du daran leidest, kannst du deine Symptome damit reduzieren. Erster Aloe-Saft gegen allergischen Schnupfen Aloe-Ferra gegen allergischen Schnupfen Natürlicher Saft aus Aloe-Ferra enthält eine Fülle an essentiellen Nährstoffen, die das Immunsystem stärken. Darüber hinaus wirkt dieser Saft entzündungshemmend und lindert allergische Symptome. Er baut eine schützende Barriere gegen infektiöse Mikroorganismen auf. Zutaten Alle Zutaten in den Mixer geben und verarbeiten, bis ein homogener Saft entsteht. Verwendung Trinke dieses Getränk bei den ersten Anzeichen eines allergischen Schnupfens. Dieses Hausmittel wirkt abführend, du solltest deshalb nicht damit übertreiben. Zweite Ingwer-Tee Die Ingwer-Wurzel enthält ätherische Öle mit Antihistaminen und schleimlösenden Eigenschaften, die bei allergischer Hohenitis sehr vorteilhaft sind. Du kannst damit die Nasenwege beruhigen und Kopfschmerzen lindern. Zutaten 1 Esslöffel geriebener Ingwer, 10 g, 1 Tasse Wasser, 250 ml, 1 Esslöffel Honig, 25 g. Zubereitung Den Ingwer mit kochendem Wasser überbrühen und dann 15 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb gießen und mit Honig süßen. Verwendung Trinke täglich 2 Tassen Tee, um die Symptome zu lindern. Dritte Grüner Tee Grüner Tee als Heilmittel gegen allergischen Schnupfen Die Antioxidantien im grünen Tee verlangsamen die körpereigene Histaminproduktion und verringern die Symptome des Schnupfens. Außerdem wirkt grüner Tee entspannend auf gereizte Atemwege und hilft gegen die übermäßige Schleimproduktion. Zutaten 1 Tasse Wasser, 250 ml, 1 Teelöffel grüner Tee, 5 g. Zubereitung Den Tee mit siebendem Wasser überbrühen und 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Vor dem Trinken durch ein Sieb gießen. Verwendung Trinke Grüntee bei den ersten Anzeichen für allergischen Schnupfen. Vierte Apfelessig Die Kombination von Apfelessig, Honig und Wasser wirkt ebenfalls effektiv gegen allergischen Schnupfen. Dieses Hausmittel wirkt antibiotisch und antihistaminisch, wodurch die Symptome gelindert werden. Zutaten 2 Esslöffel Bio-Apfelessig, 20 ml, 1 Esslöffel Honig, 25 g. 1 Tasse Wasser, 250 ml, Zubereitung Den Apfelessig und den Honig mit warmem Wasser verdünnen. Verwendung Sobald du merkst, dass deine Nase verstopft ist oder du einen allergischen Schnupfen bekommst, solltest du dieses Getränk zu dir nehmen. Trinke bei Bedarf zweimal täglich ein Glas dieser Mischung. Fünfte Alphalfa Alphalfa zeichnet sich durch antihistaminische Eigenschaften aus, die bei allergischem Schnupfen von großem Nutzen sind. Darüber hinaus enthält diese Pflanze Vitamine und Mineralien, die das Immunsystem stärken und so die Abwehr von Bakterien und Viren ermöglichen. Zutaten Zuerst die Alphalfasbrossen in den Mixer geben und zusammen mit Wasser und Honig vermischen. Danach das Getränk durch ein Sieb gießen und servieren. Verwendung Trinke zweimal täglich ein Glas, sobald du die ersten Symptome bemerkst. Du kannst die Mischung auch jeden Morgen auf nüchternen Magen trinken, um Allergien vorzubeugen. Stört der allergische Schnupfen dein tägliches Leben? Versuche dein Zuhause und deinen Arbeitsplatz frei von Staub und starken Chemikalien zu halten. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen können diese natürlichen Hausmittel helfen.